Hallo YouTube, willkommen zu einem weiteren Live-Blitz hier auf dem iCC. Heute wieder mal mit Blitzyn, welches ich hier in einer virtuellen Box laufen habe, nämlich in Windows 7. Und ja, was gibt es zu sagen zu Blitzyn? Blitzyn ist eine sehr alte Software, die gibt es schon seit 1998, sie wurde aber immer wieder weiterentwickelt. Und ist so das Urgestein vom iCC und das bietet immer ein spezielles Feeling mit Blitzyn zu spielen, weil sehr vieles hier Command Line orientiert ist auch und ja, ich weiss auch nicht, es ist irgendwie ziemlich cool, wieder mal mit Blitzyn zu spielen. Und ja, ich schaue jetzt mal, ob ich hier einen Gegner finde, den 5 Minuten Padding Pool. Okay, ich spiele hier französisch, äh, sorry, Sizilianisch mit der französischen Variante. Und wir schlagen hier und jetzt kommt A6. Dann die Dame hier. Ich hatte das gestern angeschaut. Ich finde das noch eine sehr interessante Variante. Äh, ich glaube ich mache das so. Dann wir hier einen gefährlichen Läufer nach. Da muss ich aufpassen, aber ich denke ich werde den Springer einfach auf F6 stellen. Und nehme diesen Doppelbaum in Kauf. Okay, vielleicht noch nicht. Dann gibt es mir die Möglichkeit hier dann solide zu entwickeln. Und da er jetzt am Daumenvügel roschiert hat, kann ich mal diesen Bauernvorstoss wagen, denke ich. Das sieht gefährlich alles da. Ich möchte aber nicht G6 spielen, das ist, äh, schlecht mit meinem Königsflügel. Schon sehr früh. Äh, was gibt es da besseres? Ja, vielleicht sowas. Und dann, äh, hier diese Gabel, äh, dieser Spiess. Und vor allem ist jetzt hier dieser Vorstoss blockiert. Er kann den Läufer noch nicht aktivieren. Obwohl jetzt diese Bauern hier auch ein potenzielles Ziel ist. Okay, ähm, wir haben jetzt hier die Qualität schon. Gut, da sieht es ganz okay aus. Ähm, dieser Bauern hier ist ziemlich verwundbar, aber, äh, zur Zeit ist es noch okay. Ich muss das, ich muss aufpassen. Am liebsten würde ich jetzt einfach äh, Figuren tauschen, da ich äh, die Qualität äh, äh, im Vorteil bin. Ah, ich sehe es nicht, ich glaube es nicht. Ich quatsche die ganze Zeit über, wie schwach der Bauern ist, aber ich, ich mache nichts dagegen. Aber, äh, okay. Es gibt mir jetzt die Möglichkeit zu tauschen. Ja. Dann habe ich nur noch, ja, in Anführungszeichen einen Bauern Vorteil. Weil die Qualität minus einem Bauern gibt dann, äh, wieder plus einem Bauern. Aber, äh, okay. Ja, sowieso, das war wieder mal ein typisches Beispiel für, äh, die Schachblindheit, die mal von Zeit zu Zeit, glaube ich, jeden Schachspieler mal heimsucht. Okay, kann ich jetzt weiter den Abtausch forcieren? Ich glaube schon, ja. Ja, wenn das Ganze dann vereinfacht ist, äh, äh, dann kann ich meinen Vorteil ausspielen. Also, die, die Qualität. Ich suche noch eine taktische Möglichkeit. Okay. Das ist kein Problem. Hatte ich eigentlich kommen sehen. Mir war es wichtiger, äh, 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 sich Figuren zu tauschen. Und jetzt verdopple ich mal auf der offenen Linie hier. Okay, es ist nicht klar, ob weiss wirklich gewinnt, äh, schwarz wirklich gewinnt, weil es könnte durchaus auch ein Remi geben. Ich möchte jetzt diesen Bauer hier noch auf H6 stossen, damit er nicht doppelt bedroht werden kann mit dem Läufer hier. Ich dränge den König wieder zurück. Aha, und jetzt, jetzt gibt's Material. Okay, jetzt, ähm, jetzt sollte der Fall klar sein. Jetzt habe ich zwei Bauern wieder. Also, das heisst, äh, ja, Bauern sind wieder ausgeglichen, aber eben die ganze Qualität bin ich im Vorteil und das, denke ich, dürfte erreichen. PJ Amin. Ja. Ich möchte noch mal kurz schauen, wer das überhaupt ist. Bevor ich ihn, äh, bezwinge. Äh, ehrlich, habe ich noch nie gegen ihn gespielt. Moment, ist da der Cursor? Ja, ja. Okay, es ist erst sein drittes Fünf-Minuten-Game hier. Also, er ist noch sehr unfreudig, also, äh, tut mir leid, aber, äh, ich muss dich trotzdem bezwingen, obwohl du hier neu bist. Ich glaube, es sollte reichen. Oh. Hatte ich nicht mal gesehen hier. Er versucht, auf Zeit zu gewinnen, so wie es ausschaut. Okay, jetzt habe ich hier ein, hätte ich noch ein Problem gekriegt. Aber jetzt steht mein König ganz gut. Jetzt ist er im Zug zwar noch. Obwohl. Ja. Okay, jetzt ist die Frage, ob ich dann, äh, die Qualität zurückopfern soll. So. Noch nicht. Okay. Der König muss näher dann sein, dann geht's. Eventuell. So, und jetzt? Jetzt kann ich dann... Äh, nein, geht, glaube ich. Doch, geht vielleicht. Nein. Ich muss den König noch näher annehmen. 36 Sekunden noch. Tja. Ah, okay. Das war dann... Autsch! Das war dann ein Fehler meinerseits. Aber ich habe noch zwei, zwei Freibauern. Okay. Ich denke, das sollte trotzdem noch reichen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es reicht. Ah, das habe ich nicht gesehen, diesen Abzugsangriff. Aber ja, das reicht. Naja. Jetzt kann ich fröhlich, frisch und munter, marschieren und umwandeln. Ja. 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 Ah, um... Always Queen? Ah, okay. Ich muss... Ich muss mich beeilen. Ich habe zu lange gequatscht. Checkmate. Okay. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.